Sommerurlaub auf dem Land. Ein achtjähriges Kind leidet darunter, dass es hartnäckig mit Namen angeredet wird, die sich falsch anfühlen. Hauptdarstellerin Sofia Otero steht zum ersten Mal vor der Kamera. Als ein Junge, auf der Suche nach seiner wahren Identität. Die Silberbeer für die Best-Leading-Performance wird zu Sofia Otero für eine Rolle in 20.000 Species der Abwechern. Danke, Sofia. Ich möchte der Jury dafür danken, dass Sie er nicht geglaubt haben. Dieser Preis ist für mich etwas ganz Besonderes. Ich möchte dem technischen Team danken, den Friseurinnen, den Make-up-Künstlern, und den Regisseuren, Produzenten, Produzentinnen danke für diesen Willen-App-Künstlern. Ich möchte dem Team nochmals danken. A meinen Eltern, natürlich auch. A meinen Vater, Fernando Otero, der Mauer des Mundos Otero. Und meinem Vater, Fernando Otero, den besten Vater der Welt. Und ich liebe meine Mutter wie Verrückt. Und natürlich meine Brüder und Schwestern. Ich liebe meine Mutter. Ich danke auch meiner Tante Lena, die sagt mir dann hinterher wieder, was ich alles machen wollte und meinen Onkeln und Tanten und ich glaube, das war's. Vielen Dank für Sofía Ochero für 20 Minuten Specials de Abrechas und vielen Dank für die Direktor.